Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WAV, beziehungsweise Ersten mit Mika. Moi Leute. Eigentlich ist es glaube ich gar nicht die Erste, weil ich auch schon mal ein Projekt gemacht. Aber naja, nicht mit Mika. Ja, man hat aufgehört, weil das zu lost ist. Halt's mal. Scheiße, ich wollte das Fass auf Summeln. Opfer. Ja, es sind lange keine Videos mit Mika gekommen. Warum? Mika, ich hab keine Ahnung. Bei mir? Nee. So, Mausempfindlichkeit, die ist auf jeden Fall die 10 fuck up. Ich hab... Komplett fuck. Wo stellt man das ein, allgemein? Eine Steuerung. Steuerung. Ich hab 1,3. Ich hab 3. Okay, ist zu viel. Ja. Ist zu viel. Ich hab mit so einer Aldi-Tastatur, weil meine Gestern kaputt gegangen ist. Ja. Für 10 Euro, Digga. So, jetzt hab ich... Rape. 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 Wie viel Euro? 10. Hallo? Ähm. Leck? Hallo? Ach, der Hai! Harry! Ach, Harry! Warte, kann man nicht so ablenken. Ich... Schade. Mir fehlen 5 Flanken. Ich hab mal eine Flanken, bitte. Kannst du mir ein geben, okay? Dann kann ich schon mal einen Hammer machen, egal. Tschüss. So, jetzt brauch ich noch... ...einen Kunststoff oder keine Ahnung. Was ist das? Kunststoff. Ich hab übrigens auch so eine spezielle... Digga... Inventar Ordnung, wenn ich mal über den Inventar... ...aufwachen kann. Brrrrrr. Rattattattattt. Die Festen sind die Besten, ne? Ich haben es ja früher schon mal gespielt, vor einem Jahr oder so. Jaaaa. Aber Fortnite ist halt jetzt einfach Lost. und deswegen spiele ich jetzt auch so ich bin komplett los das müssen wir machen gib mir mal deine ganzen blätter ich kann es übrigens mit eröffnen ja man kann sich nicht ich lege es jetzt auf e um dich auch allgemein störung wo ist die scheiße mit abmachen ich mag ich das weil ich mach bald und auch mein projekt wahrscheinlich Ich hab grad E und Tab gespampt und hab geschaut, was besser ist und dann war ich los, drück auf Seil machen, sondern es kommt ein Effekt. Ja, aber auf E hebt man was auf, ich mach es wieder auf I. Ach stimmt, auf E hebt man was auf. Hier, Inventar, ich mach es einfach auf I und mach das Inventar mit E auf. Ich brauch uns jetzt ein größeres Floß, alter. Hast du Kunststoff? Nee. Nee? Nee. Sicher? Achso, doch. Solltest du es aber nicht ins Wasser werfen. Hast du es ins Wasser geworfen? Nee. Warte. Ach, leger. Bam, alter! Kann ich dich schlagen? Warum kann ich dich nicht schlagen? Ich hab Friendly Firehouse gemacht. Fick dich. Ey. Ey! Guck mal, wie groß das ein Floß schon ist. Wir müssen uns mal um trinken, um zu kümmern. Also wir brauchen für eine Tasse vier Kunststoff. Und für Trinkie sechs Planken, sechs Palmblätter und auch noch vier Kunststoff. Nee, sechs Kunststoff sogar. Wir brauchen insgesamt sechs Kunststoff. Fünf Planken. Nein. Fuck. Nein, 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 nein. Kalt. Ich bin mitten auf dem Meer, Junge. Fußbodenheizung. Warte. Ich kann schon mal eine Tasse machen. Nein, da brauch ich trotzdem noch einen Kunststoff. Kann ich schießen was bauen. Nee. Kann ich mehr was da drinnen können? Wir haben uns jetzt noch immer nicht ausgemacht, wegen wie oft das Projekt jetzt kommt. Ja, es wird auf jeden Fall insgesamt viermal in der Woche kommen. Zweimal bei Nico, zweimal bei mir. Was? Dann wäre das zweimal bei dir. Du hast ab Freitag und Samstag kommt bei dir ein Video. Ja, allgemein, aber ich spiele auch andere Spiele. Äh, ne. Ich hab gedacht, du hast Hobbys. Ja, hab ich auch. Ja, dann komm bei mir, Leute. Ich mach dann jeden Tag Solo-Gameplay. Junge, was? Hast du eigentlich alles andere zu tun, außer aufzuzucken? Ja, Pause zurückzudrücken und was zu trinken. Leute, ich bin gleich wieder da. Ist das jetzt ein scheiß Ernst? Hau wieder da. Ähm. Vor allem das Beste ist, deine Zuschauer hören trotzdem noch auf, weil ich meine Aufnahme stopp. Was? Ich hab bei mir so einen Pause-Button eingestellt, dass ich einfach Pause drücken kann von der Aufnahme. Aber bei dir hört man das ja. Äh, ah ja, erste Folge bei beiden, nächste bei ihm, bei dir. Und dann wieder die nächste bei mir und dann bei Mika wieder und, oder wie heißt du jetzt auf Youtube? Cosmica? Cosmica? Du? Superio Mika. Achso. Ich mach jetzt einen Reiniger. Wir brauchen aber noch eine Tasse. Ich hab Schrott. Ja, das brauchen wir, das ist gut. Ich hab Hunger. Ich hab Durst. Ja, ich weiß. Wir brauchen noch eine Tasse. Dazu brauchen wir mehr Kunststoff. Hast du das grad abgerissen, du Fettsack? Was? Hast du das inbemetar? Was? Ich hab' zu Hause. Hast du das grad abgerissen? Na, guck. Mika. ich habe es doch aufgefahren ich habe es war nicht dass ich habe es doch gesehen ich habe dass wir auf gesammt jetzt machen da waren drei planken drin jetzt haben wir keine planken mehr und wir brauchen noch zwei kunststoffe in harry jetzt oder das fluss anbeißt dann ist das welchen halb darauf gestellt jetzt haben wir gar kein kunststoff ich habe vergessen dass platten können wir brauchen viel kunststoff irgendwie habe ich keinen bock auf das projekt aber naja ich könnte mir jetzt erst mal ein oreo wenn mich so ist dann könnte ich mal was ich esse nicht ich habe was getrunken ist mir gar nicht aufs maul genau genau mika ja weißt du was was ich mache ich mache einblendungen in den aufnahmen einblendungen ja was soll einblendungen sein sowie ok ok oder genau genau so kannst du ja alles aber weil ich zu faul bin das nachher zu schneiden und dann die rein zu machen mache ich das während aufnahmen ich habe ein streaming deck von aggato ja von den kind ich will nicht mit salzwasser ich wollte es auch sagen papa ja ich bin ich fand ja das ist das kriegst du von mir wird er geht mir dringend ja das nächste dringend bekommst du ich glaube die tasse jetzt hatte du musst es dann daraus nehmen wenn es fertig ist du bist die tasse aufnehmen die lichter zurecht aber dann halt nicht alter kannst du mich schuhen du hast kennst du es und nautiker durch ja trinkt doch was ist fertig ich habe keine tasche ja ich haben die ja vorhin getroppt das ist traurig alter für meine tasse du musst das salzwasser da rein machen damit es kocht 60 fps habe ich die 60 fps begrenzungen gemacht ich habe salzwasser getrunken wir brauchen eine gute da brauchen wir seile habe eine gute jetzt haben wir haben kein grill wir brauchen sechs palmenblätter noch zwei kunststoff und noch zwei planken das schaffen wir oder gibt es auf was ist das ja jetzt wo wir auch noch blanken und kunststoff kunststoff grill ein seil und zack stellen wir den nebenhin zack wird zwar nicht für uns schlack auf fischi schluss ach schluss bleib hier so ha 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 Hilfe! 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 Harry! 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 Bodyblocking! Bodyblocking! Nein! Nein, nein, nein. Oh. Ich angel. Ich hab'n Fisch. E-Spammen! Aber ich glaub so ne halbe Stunde in der Fisch. Ich fang direkt noch rein in der Zeit. Kann ich den ja aufsammeln, wenn er fertig ist. Aufwärmung. empfänger nötig zum aufwenden von jahren zu signalen das brauchen wir später das haben wir das haben wir wohl wieder zum single player gespielt haben glaubt nicht einmal benutzt ich schick das inventar nicht ich habe übrigens doch mir richtig viele fische alter ich habe ich habe extrem hunger ja der fisch ist bald fertig ich gebe kann ich die tasse wieder haben also ich habe es selber machen alles gut wir brauchen auf jeden fall noch ein zweites wasserteil die behalte ich mir jetzt das ist das hier die scheiße gegeben oder ich bin übrigens ein richtiger pro in dem game aber klaus was habe ich in der hand die andere als eine andere runde kannst du bitte material sammeln nicht ich mache für uns man und du brauchst du musst für uns sachen finden ich habe ich habe einen roten see bars gefangen ich mache erst dann wieder was im ding habe ich habe ein roten see barsch gefangen trinkt einfach bis wir uns das setzt wieder ich habe einen ping von 0,0 ich habe noch zwei fisch ist hatte ja den ganzen kräpter mal hoch ist eventar und das kann wieder runter hinter dir ist ein fass er holst doch ja hier unten ich habe es eingelegt habe ich zwei tassen heißt sagen wir jetzt mal was geben wir eine sammel war es ich gibt nicht alle gerade voll jetzt habe ich eingezogen wegen dir hier hast du danke lecker nico speichel ich habe noch einen fisch ich denke mir ist langweil wie lange machen wir die mir die folgen wir sagen viertel stand wann haben wir angefangen die folge geht jetzt 14 55 ja warte dann sage ich da warte was 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 brauchen wir denn jetzt da bauen wir jetzt noch eine sache würde ich sagen ich würde sagen 15 minuten folgen ende lass noch lass noch ein kleiner anbaufläche bau da brauchen wir sechs blanken und vier seite ich habe das können wir in der nächsten folge machen schaffen in einem sekunde dann geben wir dein ganzes zeug einfach von plättern und blanken uns werden zwei blätter und zwei planken ich habe blätter hier uns fehlen vier planken hatte ich brauche die da haben wir ein kleines beet wie viel brauchst du harry halb vier ich hab drei du die rote bete können wir das darunter nehmen können wir das darunter nicht entfernen brauchen das wieder die gas hier hier hast du noch ein brett zwei breite sogar ja die rote bete auf dem grill die wo wir da ich am top das ist mir egal dann war es das mit der folge leute haut rein aber unten like da lassen wenn wir mehr folgen bringen wir sind jetzt gleich geil und ja bis zum nächsten mal rein und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal